er pfeift an durchgang 1 läuft gute aktion das muss es sein da ist ja klasse rangekommen ja da war er zur stelle sehr gut hingehechtet hat genau den richtigen zeitpunkt erwischt jetzt gefährlich sie haben diese partie jetzt doch mehr oder weniger im griff sieht im moment gut aus und das tor gibt natürlich zusätzlich selbstvertrauen das ist die chance das ist natürlich schwach ganz klar waren harmloser ball und der trainer ist stinksauer da ist der ball weg tolles zu spiel der ball ist drin schussversuch der torwart ist da hechtet zum ball und bereinigt die situation das macht er hervorragend das zeichnet ein klasse der ball ist drin da geht er flach rein ins tor sehr gut gemacht macht er ihn gefährliche aktion aber der keeper ist da mit einem hechtsprung super gemacht da greift er ein ist zur stelle schussversuch 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 er macht den elber j